Angeltrips in einer Minute, es zog mich zu einem kleinen Kanal in Brandenburg, um zu sehen, ob die Barsche schon aktiv sind. Ich baute mir ein ganz leichtes UL-Setup zusammen und fischte mit kleinen Gummiwürmern und kleinen Wobblern. Zum Beispiel dieser WDB Troutminnow hier ist eine absolute Waffe, wenn die ersten kleinen Fische im Wasser sind und Barsch, Rapfen und Co. sich auf die Größe eingeschossen haben. Bei einem Wurf parallel zur Uferkante kam dann ein unglaublich harter Einschlag. Aber seht selbst! Ich hatte schon beim Biss vermutet, dass es sich um einen Rapfen handeln würde, auch wenn ich so früh in der Saison nicht damit gerechnet hätte. Für mehr Angeltrips und Angeltrips folgt diesem Kanal.